Hallöchen hallo und da sind wir wieder Newcomer TV live und in Farbe im Magazinform mit Bands, die wir bei der dritten Newcomer TV-Nacht aufgezeichnet haben in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die April-Sendung wurde ja verschoben, weil pandemiemäßig, aber wir konnten jetzt im Mai, im wunderbaren Wonnemonat Mai wieder produzieren und natürlich ganz dem Thema Mai angelegt, die Liebe und Beziehungen und das in Zeiten der Pandemie ist ja alles ein bisschen kompliziert und deswegen haben wir vier Bands eingeladen, Singer, Songwriter, kleine akustische Acts, die sich alle in irgendeiner Form mit dem poetischen Thema Liebe beschäftigen, Beziehungen beschäftigen und ich möchte euch eine Band aus Darmstadt vorstellen, die so eine Art deutschsprachigen Indie-Pop machen und sie schreiben deutsche Indie-Pop-Songs mal düster und dann mal wieder energisch und leicht klingt, sie nutzen ungefiltert, ungeschönte, ehrliche Worte und dringen ganz tief in den Alltag der Menschen ein, sind zum Teil autobiografische Texte. Ich habe mit den Menschen von Mimose, so heißt die Band, geredet und es war ein sehr interessantes Gespräch und vor allen Dingen ein sehr, sehr schönes, interessantes Konzert. Deswegen freut euch jetzt mit mir auf einen wunderbaren Abend mit Mimose. Ich fange an, mich zu schämen, weil ich kann einfach nichts geben. Zu sehen, in einem Kopf, um bei dir zu sein. Ich wäre so gerne mehr ein Teil von deinem Leben. Doch mein Kopf erlaubt es mir, dich frei zu sehen. Ich fange an, mich vorzuwerfen. Irgendwann gehört mir niemand mehr zu berühren. Nur in einem kleinen Garten sitze ich da, die Anzahl an hinten denken, an die verlorene Zeit. Es geht vorbei. Es geht schon immer vorbei. Es geht bergauf, bergauf und immer wieder im Kreis. Jedes Auge, das du zugedrückt hast, wenn ich zu will, und war deine Runde art. Komm mal klar, ich bin da, seine Stadt. Ich stehe nur selbst schon so oft im Leben. Und trotzdem findest du den Weg zu mir. Wir werden uns im Zahn nicht ergeben. Nicht in diesem Leben. Das verspreche ich dir. Es geht vorbei. Es geht schon immer vorbei. Es geht bergauf, bergauf und immer wieder im Kreis. Es geht vorbei. Es geht bergauf und immer wieder im Kreis. Es geht bergauf, bergauf und immer wieder im Kreis. Es geht so ein bisschen, habe ich gelesen, bei dir, bei euch darum, auch diese verwirrende Gedankenwelt in Musik, in Texte zu fassen. Das heißt, du bist sehr autobiografisch, also machst im Prinzip das, was du selber erlebst oder was ihr zusammen erlebt, formst das in Texte, in Musik. Wie ist dieser Prozess, wie findet das statt? Ja, also meistens schon, aber es ist nicht unbedingt alles autobiografisch. Also manchmal sind es auch Sachen, ich studiere ja Psychologie und da ist man ja viel mit so Themen befasst wie Ängsten oder Depressionen und so. Und manchmal, glaube ich, sind die Texte auch ein bisschen übertrieben so und das bin auch nicht unbedingt immer ich, die das so empfindet. Es kann auch was sein, was jemand anderes so empfunden hat und ich verarbeite es dann trotzdem irgendwie damit. Also du schlüpfst auch in andere Rollen. Genau, so ein bisschen eine Rolle, glaube ich auch. Und ist das ein langer Prozess oder, das heißt, manchmal hat man ja so diese Vorstellung, der einsame Poet, das tropfende Dach, der Regenschirm und der Federkiel und dann ist das ein stundenlanger, ein tagelanger, manchmal auch schmerzhafter Prozess. Wie ist das bei dir? Nee, also meistens kommt es einfach so, tatsächlich. Du hast immer einen Notizbock dabei und schreibst immer gleich auf. Ich singe meistens ins Handy dann, was manchmal auch komisch ist. Du singst in dein Handy, gell? Ja, manchmal auch beim Spazien gehen mit dem Hund oder so, singe ich dann irgendwas, was mir einfällt zum Beispiel. Ja, cool. Und dann gehst du mit diesen Fragmenten in den Proberaum oder ihr setzt euch zusammen, du spielst Keyboard und macht daraus so eine Art Layout? Ja, also es war ja so, zumindest als ich dazu gestoßen bin, standen auch schon ein paar Songs. Das heißt, da haben wir dann nur noch geguckt, was noch dazu gespielt werden sollte, was dazu passt oder was eher nicht. Genau, und wenn Julia jetzt mit neun Songs ankommt, dann sind wir natürlich alle mal ganz gespannt. Dann kriegen wir meistens erstmal so einen kleinen Ausschnitt geschickt. Und in der nächsten Probe, ja, wir fangen einfach an zu spielen, ne? Also so war es jetzt bei den neun Songs meistens, wir spielen einfach drauf los. Ich bin oft am Zweifeln zu tanzen, kannst du das begreifen? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ich bräuchte einen Krieg oder irgendwas, das ich fürchten kann, damit die Neurosen verlieren. Ich bin verrückt, so verrückt, so verrückt war ich noch nie. Wenn ich dich sehe, ist verrückt ganz okay. Ich nehme gute Gedanken in mein Karussell. Alles dreht sich, bis ich irgendwann abhebe. Ich bin verrückt, so verrückt, so verrückt war ich noch nie. Wenn ich dich sehe, ist verrückt, so verrückt war ich noch nie. Wenn ich dich sehe, ist verrückt, so verrückt war ich noch nie. Ich Apartацию, wenn es dein Leben gibt, da war ich noch nie. Wenn ich mich staringmiere, fühle mich noch mal, ja bin ich klein. Ich bin ja drückt, so drückt, so verrückt, so verrückt, wie ich mich noch nie. Wenn ich dich sehe, oder 주세요! Ich bin ja drückt, so bitte durfte und glücklich im Kleine. Ja. Ich bin ja drückt, so venir. Alles, soll ich dort berger sehen? Ich bin ja drückt, so lange drückt, so lange drückt, so schnell drückt. Ich bin ein Reh, du bist ein Schwachfisch, den überhaupt nichts interessiert, außer das, was er begehrt. Ich glaub, dass du nicht verkehrt bist, oder hab ich mich begehrt in der Rolle, die du spürst, in der Rolle, die du spürst. Wie kann es sein, dass du nicht bist, wenn dich gar nichts mehr berührt, betäubst, bevor du spürst. Ich weiß, dass du es nicht mehr bist, weil du mehr verzehrst. Ich komm nicht hinterher, ich komm nicht hinterher. Ich mach dich so, wie es mir gefällt, vergab die Tatsachen mehr. Wenn ich mich in den Schatten stürm, seh ich mich nicht mehr. Seh ich mich nicht mehr. Na ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist jetzt kein richtiger Abend geworden. Ja, es war nur ein Auszug aus ihrem Konzert. Aber ihr könnt sie live in diesem Sommer auf jeden Fall an verschiedenen Plätzen in den Sommergärten der Region sehen. Geht einfach auf die Seite von Mimose und guckt, wann aktuelle Konzerte stattfinden. Jetzt möchte ich euch ein Duo vorstellen. Ein Duo. Die beiden leben zusammen. Sie haben eine Beziehung. Sie arbeiten zusammen. Das heißt eigentlich 24 Stunden closed deutschsprachiger Pop-Rock. Deutschsprachige Popmusik aus Lich. Ein fantastisches Duo. Und es gibt sie schon seit, ich würde jetzt einfach mal sagen, seit knapp zehn Jahren sind sie schon unterwegs. Haben das Land auf und Land ab durchreist mit Aktenkoffer, Akustikgitarre, zwei Stimmen. Manchmal sind sie mit ganzer Band unterwegs, was weniger vorkommt, jetzt vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie, also Duo eher. Und das Schöne, und das unterscheidet sie von anderen Bands, dadurch, dass sie zusammen leben, können sie natürlich von morgens bis abends auch kreativ sein und haben ein Album rausgebracht im letzten Jahr und haben ein tolles Konzert gespielt in der Portstraße Jugend und Kultur. Ich hatte ein schönes Gespräch mit den beiden. Deswegen freut euch jetzt mit mir zusammen auf Tonland. Wo fühlst du denn, wie jede einzelne Note schreibt dir ein ins Lied? Hassgefühle und kannst sie nicht beschreiben. Emotionen und das sind sie zu greifen. Momente zum Teilen oder zu verleihen. Und Träume, die es gilt zu befreien. Willst du deiner Sprache hauslos geben oder einfach deine Stimmung heben? Träume nicht nur leben, sondern spüren und dich selbst zum Tanzen verführen. Dann stehlt die Musik an für den Takt. Oh, für den Tag. Jede einzelne Note schreibt dir durch den Tag. Dann stehlt die Musik an für den Beat. Oh, für den Beat. Jede einzelne Note hat dir ein ins Lied. Wenn es draußen grau ist, ist es weiser als laut ist. Du kleiner als groß bist und die Sorge dich auffrisst. Dann stehlt die Musik an für den Takt. Oh, für den Takt. Jede einzelne Note schreibt dir ein ins Lied. Dann stehlt die Musik an. 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 Bei mir sind Isabel und Jörg von Tonland. Hallo. Hallöchen, hallöchen. Hallo. Es ist schön, euch zu treffen. Gleichfalls. Gleichfalls. Endlich. Ja, genau. Endlich mal live. Sonst immer per E-Mail im digitalen Raum und so. Und jetzt ganz live. Der Wonne-Monat Mai. Also das ist der Monat, wo sich die Verliebten neu verlieben, also die Menschen neu verlieben und so und wo Poeten wie Hölderlin oder was weiß ich, Goethe und alle möglichen Schriftsteller wahnsinnige Verse gezimmert haben. Inwieweit spielt das Liebeslied, das klassische Liebeslied als Text in eurer Musik eine Rolle? Zunächst mal muss man sagen, wir sind ja beides Maikinder, das heißt, wir haben beide Geburtstags sogar am Mai. Oh, wann? Auch das noch, am 5. und am 13. Ah, schön. Aber jetzt zu den Texten, zu deiner Frage, da kannst du, glaube ich, besser was sagen. Ja, weil ich bin die Textmaus hier bei uns beiden. Und ja, inwiefern spielt Liebe eine Rolle? Also es ist natürlich eine große Rolle, weil Liebe, das ist ja das, was uns beide auszeichnet. Ich meine, wir sind privat. Ihr liebt euch, ihr liebt euch. Wir lieben uns, das muss man einfach jetzt mal zugeben. Nee, ich finde auch auf den Fotos, jetzt nur als Klammer, macht ihr einen sehr closed Eindruck. Also das passt alles zusammen irgendwie mit euch. Danke. Danke, klingt schon mal gut. Es ist schön, dass es so rüberkommt, soll auch so rüberkommen und es ist auch genau so, wie es ist. Also es ist nichts beschönigt, wir sind genau so, wie wir sind. Wir sind nicht gecastet, genau. Nein, es war pures Glück. Also und natürlich, zurück zu deiner Frage, Liebe ist natürlich ein großes Thema, aber wir machen nicht nur Liebeslieder. Das stimmt. Also es geht um alles Mögliche, um das Leben an sich und das ist uns einfach wichtig. Aber, so wie ich erfahren habe von meinen Spionen, die recherchiert haben, es ist alles sehr autobiografisch, schon was in euren Texten passiert. Absolut, eigentlich auch durch die Bank weg, kann man sagen. Und wir sagen ja immer, es ist autobiografisch, aber kann für jeden trotzdem frei interpretiert werden. Natürlich, das sollte ja so sein. Wie entsteht dann morgens, ich meine, ihr lebt zusammen, steht morgens auf, die Kaffeemaschine brutzelt und ein Spiegelei irgendwie und plötzlich fällt dir ein Text ein und dann greifst du zur Gitarre und dann, wow, geht's ab, Musik. Genau jeden Sonntag, genau. Das ist genau so ab, ne Quatsch. Aber es ist ähnlich, es ist ähnlich. Als wärst du dabei gewesen. Ja. Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also die Texte, da kannst du, wie gesagt, mehr sagen, die entstehen natürlich nicht in einem Moment. Es ist ein Zyklus, der dauert länger. Musik ist es, wobei, wir sind relativ schnell. Und wir haben eine klare Aufgabenteilung. Also ich bin wirklich für die Texte zuständig. Der Jörg macht dann alles Kompositorische. Und das ist, ja, wie der Jörg schon gesagt hat, in den meisten Fällen ist der Text vorher da. Da kann man es mal ganz klar sagen. Aber es gibt auch Momente, wo du einfach da sitzt, am Frühstückstisch. Zum Beispiel die neue Single war ja so eine Geschichte mit dem Akkord war erst da. Und manchmal lief ich dann auch ganz frech mal so eine Textzeile, so eine Hook vielleicht, wie jetzt du wirst schon sehen. Den habe ich mal beigesteuert. Und sie schreibt dann den Text außenrum sozusagen. Egal was passiert, wir halten zusammen. Durch Weg und Dünn, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wir sind so weit gekommen, es hätte niemand gesagt. Aber sie uns doch immer wieder ausgelacht. Ich los mit dem Prübeln, vorbei mit dem Zweifel. Zu viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denk ich immer noch zurück, weil die Momente, weil die Momente vollgrüßt, die den Weg schritt für schritt. Und eben dich, und eben dich, und eben dich da bei mir. Wir können nur so weit sehen, wie wir unseren Augen trauen. Doch können wir zusammen bis ans Ende der Welt schauen. Ja, wir bauen mit Gedanken Schlösser bis in die Wolken auf Stein. Können wir den Mut haben zu träumen, können wir alle sein. So denk ich immer noch zurück, weil die Momente, weil die Momente vollgrüßt, die den Weg schritt für schritt. Und eben dich, und eben dich, und eben dich da bei mir. Ich los mit dem Prübeln, vorbei mit dem Zweifel. So denk ich immer noch zurück, weil die Momente, weil die Momente vollgrüßt, die den Weg schritt für schritt. Und eben dich, und eben dich, und eben dich da bei mir. Du bist hier, du bist frei. Du bist groß, bist dabei. Du bist stark, du wurdest geformt. Mach dich auf, Richtung Horizont. Eine Kreuzung und vier Wege, so viele Chancen und nur ein Leben. Wahr, wahr oder falsch, deine Realität. Für deine Träume, für deine Träume, für deine Träume ist es nie zu spät. Du bist hier, du bist frei. Du bist groß, bist dabei. Du bist groß, bist dabei. Mach dich auf, mach dich auf, mach dich auf, mach dich auf. Richtung Horizont. Richtung Horizont. Richtung Horizont. Das war's auch schon wieder. Also ich meine, es geht so schnell vorbei, also so eine Sendung. Ich möchte euch nur sagen, vom 23. Juli bis zum 8. August findet die Sommerwerft tatsächlich wieder statt. Open-Air-Festival, Straßenkultur, Straßenmusik-Festival an der Weseler Werft. Ein wunderschönes Festival geht jetzt in das 20. Jahr, das heißt, es wird ein Jubiläum gefeiert. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bleibt gesund, supportet die regionale Kultur- und Musikszene. Das war euer Seppel und der wunderbare Jochen von Newcomer TV und Virusmusikradio. Ciao, arrivederci, bis bald. Wegl Navarro. Wegl Navarro. Wir are at zweiten disco. == Weiter ist, Dach gibt es, Dach Dach? Die blöden basics____$ für mich.